Seit 1950 ist Gabrielli Torneria Automatica in Italien und im Ausland Marktführer bei der Herstellung von kleinen gedrehten Metallteilen. 1990 beschließt Gabrielli, seinen Markt durch die Marke MEGA zu erweitern. Sie ist mechanischen Präzisionsbearbeitungen auf Transfers und Arbeitszentren mit numerischer Steuerung gewidmet. Durch die beste Auswahl von Lieferanten und Rohstoffen sowohl in Italien als auch in Europa mit einer leistungsfähigen Nachverfolgbarkeitsmethode garantiert Gabrielli ein exzellentes Endprodukt. Um alle Bearbeitungen zu bewältigen und auch die anspruchsvollsten Anfragen zufriedenzustellen, umfasst der Maschinenpark von Gabrielli Einspindeldrehautomaten, mobile Spindelstöcke und numerisch gesteuerte Drehmaschinen mit Stangenführung von bis zu 75 mm. Neben mechanischen Arbeitsschritten zur Entfernung von Spänen auf vertikalen Arbeitszentren und numerisch gesteuerten Transfers, wird auch der Zusammenbau von Metallbauteilen in der Palette der verfügbaren Bearbeitungen angeboten. Auch die von zertifizierten Lieferanten ausgeführten Oberflächenbehandlungen sind ein Teil des Gabrielli Service und perfektionieren die angebotene Auswahl der gelieferten Leistungen. Gabrielli hat sowohl die ISO 9001 als auch die IQ-Net-Zertifizierung und investiert ständig in Schulung und Technologie, wobei den Qualitätskontrollen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Instrumente der letzten Generation und hochqualifiziertes Personal stellen Maximalleistungen und Zuverlässigkeit sicher. Eine getreue Erstellung der Projekte jedes Kunden sowie deren klare und eindeutige Identifizierung beschreiben die Unternehmensmission von Gabrielli. Lieferungen zu den erforderlichen Zeiten wird immer absoluter Vorrang eingeräumt. Für jedes Projekt kann Gabrielli Torneria Automatica immer Qualität, Vertraulichkeit und Pünktlichkeit garantieren.